Nach vier Jahren Linz. Bruno Labbadia verlässt den Klub zum Saisonende. Grund dafür sind Differenzen mit Geschäftsführer Schmatke. Quelle, Bundesport. Der Bundesligist hat einen Nachfolger für seinen derzeitigen Chefcoach Bruno Labbadia gefunden. Der Österreicher wechselt aus Linz zu den Niedersachsen. Oliver Glasner soll den VfL Wolfsburg endgültig wieder in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga etablieren. Der 44 Jahre alte Trainer kommt zur neuen Saison vom Linz-Eisc zum Europa-Bokal-Aspiranten Wolfsburg und löst dort Bruno Labbadia ab. Glasner erhält einen Vertrag bis 2022. Das teilte der VfL einen Tag nach dem 1.1.0.0 gegen Eintracht Frankfurt mit. Wir bekommen mit ihm einen fachlich hervorragenden Trainer und einen echten Teamplayer, sagte Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmatke am Dienstag. Schmatke war zur Suche nach einem neuen Coach gezwungen worden, da Labbadia trotz der bislang überraschend erfolgreichen Saison mit dem VfL seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte. Den 53-Jährigen, der den VfL im vergangenen Jahr in der Relegation gegen Holstein Kiel vor dem Abstieg gerettet und in dieser Spielzeit bis an die Europa-Pokalplätze herangeführt hatte, soll die schwierige Beziehung zu Schmatke gestört haben. Schmatke selbst hatte vor einigen Wochen eingeräumt, kein gutes Verhältnis zum Trainer zu haben. Nachdem Schmatke bereits beim 1. FC Köln lange Zeit erfolgreich und gut mit dem Österreicher Peter Stöger zusammengearbeitet hatte, suchte er nun verstärkt im Nachbarland nach einem geeigneten Kandidaten. Der Versuch, Marco Rose von Österreichs Meister Red Bull Salzburg zu verpflichten, scheiterte. Er gebürtige Leipziger wird neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Schnell stellte sich danach Glasner als Favorit heraus. Oliver Glasner übernimmt die Wölfe. Der 44-jährige Österreicher wird ab Sommer neuer Cheftrainer beim VfL Wolfsburg. Er hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Herzlich willkommen in Wolfsburg. Raute immer nur o rautevolfsburg.tv.com Die Verpflichtung des aktuellen Trainers des Tabellenzweiten Linzer Asquadar hier längst keine Überraschung mehr. Höchstens der Zeitpunkt. Am Rande des 1.1 am Ostermontag gegen Frankfurt hatte Schmatke bei Jorospot angekündigt, dass wir es Ende der Woche verkünden können. Zuletzt verhandelte der VfL mit dem Lastcloud-Medienberichten nur noch über die Ablösesumme für den eigentlich noch bis 2022 vertraglich in Linz gebundenen Glasner. Diese soll dem Vernehmen nach letztlich bei rund 1,5 Millionen Euro liegen. An Glasner wie auch an Rose sollen auch andere Bundesligisten interessiert gewesen sein. Der 44-Jährige hatte den Lask zunächst in die 1. Liga geführt und den Klub dort zum Spitzenteam geformt. In Wolfsburg trifft Lassner auf seinen früheren Torhüter Parfum Pervan. Der 31-Jährige war im vergangenen Sommer aus Linz nach Wolfsburg gewechselt und vertritt im Saisonensport den verletzten Stammkeeper Können Castells. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team